Musik Grüezi und willkommen zum Wein-Tipp von Schwuler St. Jakobskellerin. Bevor ich Ihnen den heutigen Wein vorstelle, möchte ich Ihnen eine exklusive Dienstleistung von Schwuler präsentieren. Köstliche Wein und delikates Essen. Zwei Sachen, die für gemeinsame Genusserlebnis par excellence stehen. Die Weinwirtschaften von Schwuler haben sich seit Langem auf das schmackhafte Zusammenspiel spezialisiert. Geniessen Sie zu den abwechslungsreichen und raffinierten Speisen ein gutes Glas vom dazu passenden Wein. Zum Beispiel in der Schuler-Weinwirtschaft La Bon Gave im Herzen von Luzern mit schönster Aussicht auf Kappelbrück. Heute degustieren wir den beliebten Don Pascal Navarra aus Spanien. Mit dem neuen Jahrgang 2011 haben wir die Qualität des Klassikers nochmals steigern können. Das sehen Sie übrigens auch an der neuen schönen Etikette an. Die Nase ist sehr intensiv, riecht nach Dörrfrüchte, nach Zwetschgen. Im Gaumen ist er sehr vielschichtig, er riecht nach Kriese, nach Eichenholznoten und ist sehr samtig im Abgang. Ich empfehle Ihnen diesen Wein zu grilliertem oder zu einem feinen Braten. Diesen und viele andere Weine von Don Pascal können Sie gratis in unseren Weinfachgeschäften degustieren oder ganz einfach von zu Hause aus unter schuler.ch bestellen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Weintipp von Schuler und zum Wohl!